Nein, oh mein Gott, zum scheiss Eisklotz! Digga, du willst mich doch verarschen, so ein vermahle Deiter Eisklotz hat mich gekillt. Nicht dein Ernst, wir hatten sie fast. Hey Freunde, es ist wieder ein Thema Bogen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Remnant 2. Schauen wir uns wieder eingeschalten habt. Wir haben in der letzten Folge das letzte Zeug, das uns gefällt hat, erkundet und gefunden. Stichwort der Boden. Und wir werden heute höchstwahrscheinlich wieder auf die Jagd nach der Nachtweberin gehen. Zuerst wollen wir mal schauen, ob ich die Möglichkeit habe, noch was zu verbessern. Wer braucht geschmiedetes Eisen, geschmiedetes Eisen, Altmetall. Okay, ich bin zu arm, ich kann nichts mehr upgraden. Auf jeden Fall, wir haben den Bogen und die Shotgun. Und das ist, glaube ich, schon mal recht gut. Warum versuchen wir es heute wieder mal? Mit... Nein, ich will nicht dahin. Sondern dahin. Zum Bosskampf. Heute ist wieder mal Bosskampf dran. Ich weiss gerade nicht, wie viele Erfolgen wir jetzt schon haben, seit dem letzten Versuch. Mal schauen, wie viele Schaden wir jetzt machen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Boah, 300 Damage. Ich bin jetzt extrem langsam im Schiessen. Und jetzt ist halt das Problem. Boah, ich habe es für Glück geschafft, auch hier rauszuweichen. Boah, ich habe es für Glück geschafft, auch hier rauszuweichen. Okay, ich bin jetzt erst mal wieder in Spiel hineinkommen. Okay, wir haben sie, wir haben sie. Jetzt müssen wir hoffen. Kotzin aufgeladen. Die. 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 Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ey, als ob sie mit Damage stricken kann. Nein! Ich habe ihn nicht gesehen, aber wir sind gut dran, wir sind gut dran. Das schaffen wir, das schaffen wir. Wir sollen ein bisschen besser im Ausweichen werden und ein bisschen besser im Timen und dann sollte das eigentlich klappen. So, komm schon. Wir müssen einfach gut treffen. Verdammt! Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Hier ist die Ramzi. Erst mal eine Heilung drücken. Okay, wir landen gerade direkt drinnen. Okay, okay, okay. Jetzt ist es viel schwieriger zu treffen, als er am Boden krabbelt. Okay. 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 Oh, was denn das ist schon angeregt? Nein! Verdammter Mist. Ist wirklich gerade ein verdammter Mist? Meine Güte, ich kann sie nicht hitten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir hatten sie fast, wir hatten sie fast, wir hatten sie fast. Komm schon Mann, komm schon. Das muss doch klappen. Es ist halt viel schwieriger im Gebäude drin. Das ist halt sonst behindert. Das ist viel, viel schwieriger im Gebäude drin. Oh mein Gott. 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 Ich habe jetzt so heftig gegreindet für diese Waffe. Die ganze Map noch hinweisend alles mal besucht. Das war's für mich. Das war's für mich. Absicht. Dealen direkt, weil wir werden wieder direkt reingezogen. Das finde ich ganz belastend. Ey, was ist denn das wieder für ein Angriff, Mann? Ich muss mal healen. Direkt. Direkt. Oh mein Gott, ich hasse diesen Angriff. Oh, komm schon. Viel. Was ist denn das wieder für ein Angriff? Wirklichkeiten. Wirklichkeiten. Für mich. Gut. Sieht schon mal aus? Nein, oh mein Gott! Ey, komm schon, meine Fresse, geh mir doch nicht so auf die Nerven. Wie schwierig ist denn dieser vermaledeite Boss? Wie schwierig ist denn dieser verdammte Boss, Mann? Ich darf halt einfach nicht zu viel Damage nehmen, ich will zwar nicht ausweichen, aber das ist nicht einfach. Oh! Das war's. Oh mein Gott, ich habe genau gar nichts getroffen. Spiel. Direkt. Das ist so nervig, dass du jetzt wieder direkt reingezogen wirst. Okay, wir haben einen Heal noch. Warum nur noch einen? Wir haben doch vorhin noch gar keinen gebraucht. Na los, na los. Irgendwo brütet sie gerade. Unten heißt es wahrscheinlich. No, man. Gottverdammt. Oh mein Gott, ey, das kann es doch nicht sein. Sorry, wenn ich ein bisschen wenig rede, aber ich muss mich extrem konzentrieren, damit ich richtig ausweiche. Aber ich schaffe es auch nicht immer, richtig auszuleiten. Das ist so. Ich hasse all diese Eiszeiten. Die kann ich trotzdem hinten. Auch wenn du ihnen auch ausweichst. Das ist so belastend. Ich hasse ihre Mini-Unit. Ich hasse sie. Das ist schlimm. Ich hasse sie. Das sieht nicht gut aus. Ja. Oh mein Gott, das Heilen ist auch so dumm. Komm schon. Komm schon. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich will endlich weitermachen im Spiel. Ich will endlich weitermachen. Ey, ich mache jetzt weiter. Egal wie lange das dauert hier. Egal wie lange das jetzt hier dauert. Ich will diesen Boss jetzt endlich schaffen. Ich will endlich sein, das ist halt so dumm. Ich will endlich sein, das ist halt so dumm. Hä? Oh mein Gott, der war ja jetzt gerade Gunsmies. Ja, ist es dir eigentlich eine Unit gekürt? Hapsi! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, jetzt komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Warum hat sie jetzt wieder so eine Farbe? Das schicke ich manchmal überhaupt nicht. Schicke ich, schicke ich, schicke ich. Ey, was ist das jetzt wieder für ein Angriff? Nicht gut, alles. Wir haben noch einen Heal. Sie steckt den Boden. Was ist das? 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 Das? Das ist das? Nein, ich habe hier verschwendet. Ja, das war's komplett. Ich habe mich komplett verklickt. Ich habe mich komplett verklickt. Das kannst du vergessen. Ich habe mich komplett verklickt. Das war jetzt gerade ein übelstes Fail. Ey, komm schon. Was war das jetzt? Shit, shit, shit. Oh shit. Ah, fuck. Das ist doch gerade die Eiswürfel hinterher. Natürlich. So, voll geheilt in dem Fight. Weißt du, diese dumme Göhre. Das war's für heute. Das war's. Nein! Verdammter Mist. Gottverdammt, ich stand zu nah an der Wand. Nicht ein... Oh mein Gott! Ich hasse diese Wandattacke, Mann. Verdammt! Gottverdammt, ich hasse diese scheiss Wände. Ich sollte mich fern von diesen Wänden halten. Digga, das war so ein guter Run vorhin, aber nee, ich stand zu nah an der Wand. Oh scheisse. Oh mein Gott, das kannst du direkt vergessen. Das kannst du vergessen. Das wird mir so entschlecht, ich still run, das weiß ich jetzt schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Oh mein Gott! 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 Oh mein Gott!